Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ich bin mit Jason in Dresden und hab euch zwei Tage lang mitgenommen. Am ersten Tag sind wir ein bisschen durch die Innenstadt zu Fotos machen gelaufen. Nach dem Mittagessen durfte Jason noch an der Elbe blanschen. Tag 2 waren wir wieder in der Stadt um zu Elbe Hunde Dresden zu gehen. Ich hab euch frühes auch mal eine kleine Futterroutine eingebaut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wir haben uns entschieden noch im großen Garten Mittag zu essen. Per Straßenbahn sind wir jetzt wieder zurückgefahren. Bis zum nächsten Mal.